herzlich willkommen zur nächsten folge real farming ls 19 meets reality der racex hat mir vorhin ein auto spendiert muss ich natürlich dann irgendwann abarbeiten und auszahlen ist aber kein problem jetzt habe ich wieder kopfschmerzen das ist so schlimm manchmal gerade eine tablette rein und kopfschmerzen sind vorbei so ich hoffe mal dass es hier gleich weitergeht mit den aufträgen weil ich laufe so ein bisschen leer eigentlich hatte ich einen anderen plan ich muss mal bei der bestellung ich habe ja ja die haben noch ein bisschen was zu tun herr reinhardt ja sie können ruhig bestellen ach so ok er ihnen bestelle ich das gleiche wollen wir da hinten zum büro gehen oder wo ist ihr büro ja kommen sie mit folgen sie mir so ich bin mal gerade hier irgendwo müsste doch hier der der haufer um rennen wo ist denn der der ist doch nicht da kurze kopfschmerzen so und die tablette hat gut geholfen vorhin was ist denn der hofer der ooo der knoll der knoll ich glaube ich musste mal schnell retten hier ich muss mal rat hier ja ich helfe ganz sanft bitte ganz sanft ja ich probiere es achtung ja achtung bin ich weit genug von ich weiß nicht wie die schaufel vorgeht ich habe doch ich habe schon lange keinen keinen bacher mehr gefahren moment ich weiß okay ich weiß jetzt wie es geht moment ich komme noch mal ja jetzt achtung sind telefonisch und das ich kann gerade nicht achtung ich habe gerade den tobias knoll vom anhänger gerettet irgendwie habe ich dich hier gerade gesehen ich bin ich bin beim händler also ich bin beim sepp also irgendwie habe ich dich gesehen ich weiß auch nicht gehört habe ich auch irgendwelche stimmen ich weiß auch nicht ich glaube vielleicht waren sie irgendwo falsch verbunden vielleicht sind sie immer noch falsch verbunden vielleicht bin ich im zb funk irgendwie keine ahnung also ja stimmt jetzt waren sie gerade kurz habe ich nichts gehört ja ja gut dann tschüssi ja gut tschüss so haben wir hier aber knoll tobias ja jetzt hast aber Glück gehabt wo bist du denn hin das war hierhin das war aber Glück gehabt dass ich das direkt gesehen habe ja ja aber irgendwie hat das Gasplitter geklemmt und überhaupt bei so einem neuen Ding ist das eigentlich sollte das eigentlich sein nee das würde ich gleich mal reklamieren ja aber ich brauche das sofort mit dem fahren sie gleich mit dem ja achso ja wir müssen nur noch den Mulcher umlackieren weil schwarz habe ich herausgefunden fände ich jetzt nicht so hübsch ok dann kann es schon losgehen ja ich bin mal gespannt ähm ich frage mal kurz achso ne ich stehe hier nur rum und mache nichts das ärgert mich ach oh oh kommen sie mal sehen sie den hier ist es ihrs sehen sie den ja der innen ha der schaut aber heiter nein oh der ist der ist so schön das gehört zu ihnen oder gucken sie mal die Chromfelgen an ähm naja noch nicht noch nicht ok auch die Innenausstattung eh ui lecker schmecker ja kann das sein dass sie auf diese Farbe stehen oder ja das ist so mein meins ich mag das ok ich steig mal grad rein grusgott grusgott ui ach mit panoramadach ist er krass hier so er tobias ja willst du auch mal steigen wir ein ganz kurz und was sagen sie oh das ist ja das porno ist es ganz schön ja also diese innenausstattung die ist pornös die sticht ins auge ja ja gut ich stell den mal kurz wortwörtlich ich stell den mal kurz auf die seite nicht dass da noch ein kratzer dran kommt gär wie hört sich der motor an sehr dumpf und sehr schön ja schön da haben sie nichts falsch gemacht ich stell den mal ich stell den mal grad weg hier herr waruna ja hallo ganz kurz nach hinten gehen jürgen gefällt ihnen das auto ach das ist porno ist das also besser hätte es nicht sein können also aber ja das freut mich ich stell den grad mal weg nicht dass ein kratzer dran kommt gär ja kein thema so ich stell den ganz hinten ins eck hey dass da ja keiner wenn ein fingerabdruck drauf ist dann gibt es eine anzeige hey ha so what ich sag mal grad dem dem händler bescheid dass der den nicht abschleppen lässt dann ist alles gut wo ist denn der sag mal was sind sie denn eigentlich ja hallo den wir noch nie gesehen hallo ich bin der folger waruna ja schön sie kennenzulern ich bin der schoss saufert der schoss der schorsch der schorsch achso der schorsch ja cool seit wann sind sie hier in der stadt äh seit kurzem ich arbeite jetzt beim lu das ist gut der lu braucht immer arbeitskräfte ja hab ich schon raus gefunden da fahr ich gleich mal runter zu ihnen ich hab mal auftrag ich muss irgendwie einen backer zu ihnen bringen sie haben irgendwie erweitern wohl ihr gelände habe ich gehört ja habe ich auch schon mitbekommen von meinem chef ich muss noch hier warten ok bin ich mal gespannt ok gut ich wollte den den hans peter wo ist denn der jetzt hin hat er irgendwas gesagt der ist der ist da drüben in der werkstatt der ist drüben im büro was haben sie gesagt der racex der ist drüben im büro im büro war ich gerade da ist er nicht ich geh mal in der werkstatt gucken ja der hat er drüben wenn er glaube ich auch gerade sehen tja das rein hat alles notiert das der der ja ja ich habe sie ihm gesendet äh was steuerlich okay ich habe auch die fünf prozent rabatt äh ihm geschrieben dass sie fünf prozent ja ja genau hallo herr hans peter ja sie sind der neue händler habe ich gehört ja ich muss mich kurz vordrängeln entschuldigung äh äh entschuldigung aber herr reinhard war dort schon echt ein bisschen langer ich bin gleich schon wieder weg und ganz tief aus ja 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 ich wollte ihnen nur sagen dahinter ihrem büro steht mit einem äh richtig richtig schöner äh Dodge Ram in so einem komplett tomat grün wenn sie den bitte stehen lassen und nicht abschleppen würden wäre ich ihnen sehr dankbar okay ja das ich hole den nachher ab versprochen dafür müssen sie aber auch noch haupte ja das mache ich dann kein problem herr peter danke schön also tschüss danke äh Herr Reinhard Herr Reinhard so gut dann guck ich mal hier den der Jürgen der ist wohl ist wohl jetzt fertig mit meinem Gespann hier ja ja Herr Reisex ähm sie können damit jetzt runter zum LU fahren ich hab eine eine Idee so müssen sie nachher nicht zu Fuß nach oben laufen okay gut äh also ich fahr den mal runter das Gespann und dann schauen wir weiter ja ich fahr wir machen das so ich fahr mit ihrem Fahrzeug nach oben zum Bauhof lad das auf meinen Anhänger komm mit meinem Fahrzeug runter dann müssen sie nicht zu Fuß nach oben laufen okay ähm gut können wir so machen gut also ich fahr mal los äh ist alles gut ich guck nochmal die Leitungssicherung also bis später tschüss bis später tschüss schaufel drauf ich bin mir nicht sicher ob das so so Herr Varuna ja äh äh das wäre das Teil was sie bitte zum LU fahren okay aber ich sehe sie dass sie mit was anderes beschäftigt sind ja ich stehe sie mal auf den Parkplatz ja super vielen Dank perfekt auf Wiederschein tschüss so fahr ich mal hier los hoffe mal dass alles drauf bleibt und hier nix nix runter fällt damit zum LU fahren so ich mach einfach einen Warnblinker an dann muss ich nämlich nicht blinken ja warte mal ich geh nochmal gucken ob das hier alles gut vertaut ist sieht gut aus okay so wir fahren 25 glaube ich 25 müsste man hinkriegen da kriege ich ja gleich einen echten Auftrag hier na 30 geht vielleicht auch müssen sie denn auch nehmen oder hallo 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 Herr Raysex ja ah äh ja ich muss sagen noch ist die Ladung hinten drauf ich hoffe mal das bleibt so ok aber ich kann halt nur 30 fahren ja also ich will halt jep natürlich das den Bagger und so alle heile unten anbringen ja ich komm jetzt gleich noch runter ok gut ah äh bleiben die Maschinen erstmal beim LU und was bauen die denn ähm die bauen ähm Stationen Startgutstationen und so ah ok ah guten Tag hallo ist da noch jemand im CW Funk ist ja cool geht ja richtig die Post ab hier ja wir haben so im bei uns im Büro haben wir so ein Funke recht stehen ja das ist ein Büro hä kann man faulenzen ne ja ja so richtiges faulenzen geht es nicht nicht? ne Rechnungen schreiben und alles wird einem schon langweilig es ist natürlich nicht so klar hm so wer sind sie denn überhaupt? ich kenn sie glaube ich noch gar nicht ihre Stimme kommt mir so unbekannt vor ich bin der äh Bauer genau zu sein der Herr Martin Bauer äh ich bin der stellvertretende äh Bauhofleiter ah die waren letzte Woche glaube ich noch nicht anwesend ne da war ich äh äh noch äh äh im Urlaub ahja ok gut dann arbeite ich ja gewissermaßen auch für sie grad im Moment ich fahr grad ihren zweiten Bagger nach unten zum LU achso da hat mir der Herr Razex schon bescheid gesagt so ich bin gleich da gell Herr Razex machen sie schon unseren neuen Bagger kaputt ich hoffe nicht dass der äh nach dem Motor Problem ne der ist alles in Ordnung steht noch ja es wird sonst sehr teuer ja das äh können sie wohl laut sagen was hat denn der Bagger gekostet? der Bagger? ja oder der Traktor ja der Bagger der Bagger war ziemlich billig da kommt der aus China oder wie? äh 5000 kostet der ok soll ich den gleich abladen? ähm können sie machen ok dann guck ich mal gut äh ich koppel mal grad ab bis gleich tschüss jo tschüss so hier muss irgendwie einen Bolzen ziehen glaube ich oder die Verriegelung lösen ja hier gut so stellen wir den hier ab da kommt der Motor aus bisschen bisschen umweltfreundlich wie geht denn das? wie geht denn das? ne warte ein bisschen noch mal das war auch nicht ah jetzt ok oh da kommt sogar noch sogar mit dem zweiten Bagger hier ja Moment Moment ok ah so geht das ok und dann absenken Moment absenken abkoppeln jawoll wer hat noch Backe Profi weil jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr wie es geht so ok ja rufe will der sich einen anderen vor dem ich gerade geschrieben hat keine Zeit der will immer dass ich telefonieren ey ey nicht was ich denn auslege hier guck ich noch guck ich noch ne ich werde den Hofer gleich mal anrufen gut so gut erledigt so dann rufe ich mal Christian Hofer an hallo 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 Herr Hofer sie wollten dass ich sie anrufe ja ähm ich wollte dich mal fragen weißt du was bei den ähm bei den Bürgermeisterwahlen rausgekommen ist ne keine Ahnung aber ich habe gehört dass heute das um 13 uhr das um 13 uhr sollten wir uns irgendwie nochmal oben bei dem äh da wo die Vorstellung war da sollten wir uns nochmal treffen ah ja ja ok ja ja da bin ich eh gleich daneben auf dem Feld also für mich ist das kein Problem gut also dann bis später ja tschüss 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 so freunde das war es von der heutigen Folge vom ls 19 projekt real farming ls 19 meets reality wenn es euch gefallen hat gerne like abo oder kommentar und bis zum nächsten mal Ciao.